Um das Jahr 1460 hatte ein Mönch, Leonardo da Pistoia, für Cosimo de' Medici, aus Mazedonien das Corpus Hermeticum mitgebracht. Es war im spätantiken Griechenland verfasst worden, geht aber zurück auf Überlieferungen aus der griechisch-orientalischen Kaiserzeit. Cosimo gab das Corpus 1463 Massilio Ficino zum Übersetzen. 1471 wurde es gedruckt und von dem Ficcianer Tommaso Benci ins Italienische übertragen. Die hermetischen Schriften übten in der Renaissance eine besondere Faszination aus, wurden vielfach abgeschrieben oder weitergereicht. Man vermutete die Quellen der Hermetik in noch voralttestamentarischen Zeiten. Die hermetische Theosophie, die sich als Offenbarungswissen zu verstehen gab, wurde zurückgeführt auf Hermes Trismegistos, den dreimal großen Hermes, einen ägyptisch-griechischen Weisheitsgott, einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, einen Götterboten der Erkenntnis und Transformation. Die Hermetik beschrieb das meditative Streben nach Gottesschau und Erkenntnis als eine existenzielle Wegmöglichkeit zu Erleuchtung und Wiedergeburt. Ein gnostischer Existenzialismus, aber auch pythagorisch-platonische Elemente sind erkennbar. Der Grundton des hermetischen Denkens war durch die Imagination von der wechselseitigen Entsprechung der Polaritäten und der vorbehaltlosen Weltbejahung bestimmt. Gerhard Wehr schreibt, Bruno fasste die von ihm angestrebte und schließlich vertretene Hermetik geradezu als die wahre Religion ägyptischen Ursprungs auf, mit deren Hilfe der Mensch mit den kosmisch-überkosmischen Mächten in einen geistigen Austausch zu treten vermag. Er begriff sich selbst als Priester dieser Religiosität, für die er warb, wo immer er Gelegenheit fand, in Wort und Schrift zu wirken. Die Aufnahme der griechischen Gelehrten aus Byzanz, das an die Türken gefallen war, die Wiederbegründung der Platonischen Akademie in Florenz, die Studien durch Massilio Ficino und Pico della Mirandola, deren Übersetzungs- und Erinnerungsarbeit und vor allem die Weitergabe der platonischen Liebesmetaphorik. Der Neu-Platonismus war wohl das Agens der italienischen Renaissance, vor dem Hintergrund allerdings einer überhaupt enthusiastischen Emphase für eine Kultur der Wiederholung und Erinnerung. In Platons Symposion, dem Gastmahl oder richtiger Trinkgelage, berichtet Sokrates über ein früheres Gespräch mit der weisen Diotima. Er gibt ihre Rede wieder vom Aufstieg der Liebe, ausgehend von der sinnlichen Anziehung bis hin zur Anschauung des Göttlichen. Bei Platon hat das Bild der Stufenleiter der Liebe einen unangenehmen dualistischen Beigeschmack. Der Ausgangspunkt wird als niedere Sphäre empfunden. Massilio Ficino hatte in seinem Kommentar oder eher seiner Nachahmung des platonischen Dialogs die Theorie der Liebe unter anderem mit seinem medizinischen Renaissancewissen in Verbindung gebracht und in eine gegenüber dem Dualismus Platons eher neu-platonisch-monistischen Stimmung interpretiert. Noch einmal Eugenio Garin Gewiss war der Platonismus keine Doktrin für das Volk, aber an den Höfen, in den Akademien, unter Künstlern und Literaten, in der gebildeten Welt war er mehr als seine Modephilosophie. Eine neue Art zu fühlen, eine Annäherung an die Dinge und an die Natur, eine Perspektive, in der die Welt, der Drang zum Göttlichen und die Präsenz des Göttlichen in der Welt begriffen wurde. Ohne diesen Platonismus ist die Renaissance nicht zu verstehen. Und wir meinen den Platonismus, nicht Platon oder Plotin oder Proklos, sondern eine göttliche Philosophie, eine fromme Philosophie, eine ewige Philosophie, entstanden aus Intuitionen, Erleuchtungen und Metaphern. Ihr größter Vertreter war zweifellos Massilio Ficino, 1433 bis 1499, von den Medici protegiert. Das Jahrhundert war voll von der suggestiven Prosa Platons und der Figur des Sokrates. Der platonische Geschmack spürte in Italien die Dichter des Stil Nuovo auf. Die platonischen Theorien der Schönheit und der Liebe verflochten sich mit dem immer größer werdenden Ansehen Petrarchas. Gleichzeitig verbreitete sich die Idee einer Welt der Natur, in der wie in einem dunklen Spiegel die ewigen Vorbilder, die Gründe aller Dinge zu sehen seien. Die Natur selbst wurde beseelt gesehen, von einer innersten Kraft bewegt, die sie anstößt, lebendig macht und zur Entfaltung bringt. Die zwischen rationaler Abhandlung und Poesie stehenden platonischen Mythen verwandeln die Philosophie in eine poetische Theologie, die den gemeinsamen Hintergrund für die Auferstehung der Antike bildet. Außerdem geben die Themen der Liebe und der Beziehung zwischen der die Dinge durchleuchtenden Sinnlichen und der geistigen Schönheit einer ästhetischen Schau des Kosmos, Nahrung und gebären das Motiv der Gegenwart des Göttlichen in allem und damit der Rationalität des Ganzen. Sie beharren auf der Kette des Seins und der Kreisförmigkeit des Wirklichen. Bruno wendet sich ebenfalls entschieden gegen den Dualismus Platons, Die Liebe aber als das Agens des untrennbaren Seins und als Modell und Metapher der Erkenntnis war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Der Theologe und Philosoph Nikolaus Cusanus war sicherlich die wichtigste persönliche Orientierung für Brunos Denken. Der Bischof und Kardinal aus Kus an der Mosel, der im Jahre 1458 zeitweise auch Stellvertreter von Papst Pius II. war, lehnte ebenfalls das dualistische Weltbild des kanonisierten Christentums ab und sprach von Gott als dem Nicht-Anderen. Unter dem Einfluss der deutschen Mystik, insbesondere Meister Eckarts, verwarf er damit zugleich die Naturfeme der christlichen Scholastik. In seiner Schrift »Doctor Ignorantia« vom wissenden Nichtwissen spricht er von der »Koincidencia oppositorum« als Moment, da alle Gegensätze in Gott aufgehoben sind und in eines zusammenfallen. Die Koinzidenz als ein letztlich Unbegreifliches kann allerdings in einer Annäherung erfahren werden. Kosanus »Dass ich das Unbegreifliche unbegreiflicherweise in wissendem Nichtwissen erkennend umfasse, und zwar durch das Übersteigen der unauflöslichen Wahrheiten des menschlichen Wissens. Jeder Versuch unseres menschlichen Geistes muss sich in diesen Tiefen bewegen, auf dass er sich zu jener Einfachheit erhebe, wo die Gegensätze koinzidieren. Wer sich dem Verständnis des Einen nähert, kommt auch dem Begreifen des Ganzen nahe. Es ist eine tiefe Magie zu wissen, wie man das Gegensätzliche hervorholt, nachdem man den Punkt der Vereinigung gefunden hat. Der Kusaner war einer der ersten Deutschen, der sich dem neu erwachten Denken der Antike widmete. Obwohl er, als hoher Repräsentant der katholischen Kirche, an den Bildern der christlichen Offenbarungslehre festhielt, knüpfte er doch in seiner Empfindung an den lebensbejahenden Monismus der heidnischen Traditionen an, vermittelt das heraklitische Henkai Pan in sein Deus Sive Natura und bezeugt mit dem Wort von der Natura est Deus in Rebus ein pantheistisches Weltgefühl. Alexander Coiré über Nikolaus von Kus. Er verwirft die Ansicht vom hierarchischen Aufbau des Universums. Insbesondere bestreitet er, dass die Erde jene extrem niedrige und verachtenswerte wie auch zentrale Stellung einnimmt, die ihr von der traditionellen Kosmologie zugewiesen wurde. Es gibt im Universum kein Zentrum der Vollkommenheit auf das bezogen, das übrige Universum eine untergeordnete Rolle spielen würde. Im Gegenteil, gerade weil die verschiedenen Bestandteile des Universums ihr eigenes Wesen behaupten, tragen sie zur Vollkommenheit des Ganzen bei. Die wichtigste Quelle für die jüdische Kabbalah dürfte für Bruno das Buch »De Occulta Philosophia« von Agrippa von Nettesheim gewesen sein, in dem auch die zehn Stufen der Kabbalah vorgestellt werden. Die jüdische Kabbalah ist eine Form der Mystik, die in der jüdischen geistlichen Literatur im Laufe des Mittelalters entwickelt wurde und vor der Vertreibung der Juden aus Spanien am Ende des 15. Jahrhunderts in Spanien eine Hochblüte hatte. Auch in Italien lebten jüdische Gelehrte, die sowohl die kabbalistische Tradition als auch die für die lateinische Kultur wichtigen Quellen der Mystik und des Neuplatonismus pflegten. Giovanni Pico della Mirandola, Johannes Reuchlin und Agrippa von Nettesheim waren unter den Ersten, die die jüdische Mystik für die christliche Philosophie fruchtbar zu machen versuchten. Eine zentrale Frage der jüdischen Mystik war die Unaussprechlichkeit und Unbenennbarkeit Gottes vor dem Hintergrund der unendlichen Auslegbarkeit der Offenbarung in den Heiligen Schriften und in der Welt. In diesem Sinne ist die Kabbalah unter anderem eine Hermeneutik, ein Auslegungs- und Interpretationsverfahren. Kabbalah bedeutet im Wortsinne Erinnerung. Sie ist aber auch allgemein die Emphase und Aufforderung, möglichst große Bereiche des Wissens und des Seins miteinander zu verknüpfen. Dies entspricht auch Brunos Leidenschaft und Renaissance-Mentalität. Auch das kosmopolitische Moment in dem Denken der jüdischen Kabbalah steht für ihn dabei in einem erfreulichen Gegensatz zu dem jüdisch-orthodoxen Glauben an das auserwählte Volk. In der Nachfolge des Mirandola ist für Bruno die jüdische Kabbalah nur eine weitere Einladung zum allgemeinen Synkretismus der Religionen beziehungsweise zur Aufhebung der historischen und geografisch verschiedenen Ausdrucksweisen in einer Universalphilosophie. Die Begriffe Synkretismus und Eklektizismus haben vielleicht zu Unrecht eine negative Konnotation. Die vielseitigen Quellen und Bezüge des brunoschen Denkens verweisen eher auf die Imagination, dass in den verschiedenen Überlieferungen ein tiefer Konsensus zu entdecken ist, sei er bestimmt durch mehr oder weniger verborgene Geistestraditionen oder durch die Ubiquität bestimmter Motive des menschlichen Geistes in seiner Interdependenz mit dem All-Einen. Pico della Mirandola war in diesem Gedanken so weit gegangen, dass er selbst oder gerade die augenscheinlichsten Gegensätze in den verschiedenen Kulturen und Religionen als einen nur verkannten Konsensus vermutete. Und in der Emphase dieses Gedankens versuchte er gar im Jahre 1486 auf seine Kosten in Rom einen Konvent von Gelehrten einzuberufen, um in öffentlichem Disput die tiefe Übereinstimmung aller nach außen hingegensätzlichen Doktrinen zu beweisen, alle Meinungsverschiedenheiten zu überwinden und die Pax Philosophiae zu verwirklichen. Der Papst verbot die Zusammenkunft, einige Thesen Pikus wurden verdammt, auch er musste aus Italien fliehen. weiter hin zu in ho martyrs Vielen Dank.